Hallo und herzlich willkommen! Nichts Neues aus der Gravel Cave. Die Gravel Cave ist unpolitisch, doch diese Woche geht es ja nicht anders. Sämtliche Nachrichten aus unserem geliebten Hobby, aus unserem Leben gehen erst einmal unter. Das heißt, ich kann nichts Neues berichten aus der Gravel Cave. Ich kann nur aufrufen, euch daran zu beteiligen, Menschen zu helfen, die diese Woche in Not geraten sind. Denn diese Woche hat ein russischer Staatschef den Zenit des Verstandes überschritten und einen Krieg vom Zaun gebrochen und bringt somit Leid und Tod über Menschen. Und ja, das passiert gerade in Europa. Wir als Europäer stehen natürlich an der Seite der Ukrainer und versuchen zu helfen, wo es nur geht. Und ja, ich als Veteran habe genauso wie tausend andere Kameraden eine besondere Sicht und eine besondere Verbindung zu Kriegen. Hört sich zwar schräg an, ist aber so. Aber wir haben Kriege erlebt, so wie unsere Väter und Großväter. Wir möchten dies nicht wieder erleben. Erst recht nicht. In diesem Europa und generell auch nicht auf der ganzen Welt. Und auch wenn es sich falsch anhört in den Ohren vieler und in den Gedanken viel anderer Menschen, das respektiere ich auch, bin ich trotzdem der festen Überzeugung, so wie auch unsere Regierung derzeit, dass man, um den Frieden wiederherzustellen und Frieden zu sichern, leider militärisch aufrüsten muss. Und solange es so seltsame, wir müssen ihn Menschen nennen, gibt auf dieser Welt, die andere Menschen in Kriege verwickeln, aufhalten zu können. Jetzt müssen wir auch daran denken, den Menschen zu helfen, die gerade in Not sind, die gerade flüchten. Da kann jeder von euch helfen, da kann jeder von uns helfen. Dazu habe ich unten in der Beschreibung eine Link-Liste mit jeden Mengen Informationen, die man abrufen kann, wo man helfen kann. Informationen darüber, welche Hilfsorganisationen, wem gerade wo hilft. Und es ist enorm, was gerade passiert auf der Welt, nicht nur Europa. Und das zeigt, wie schön wir doch zusammenhalten können. Auch in solch schweren Zeiten. Ich hoffe, nächste Woche wieder schönere Nachrichten, dass die Welt vielleicht ein bisschen ruhiger wird, vielleicht sich einiges bessert. Das ist meine Hoffnung. Und ich wünsche uns allen viel Glück dabei und ich wünsche allen Verhandlungspartnern viel Diplomatie, den Frieden wiederzubekommen und den Frieden zu sichern. Ich bin Pascal aus der Gravel Cave. Bis nächste Woche. Verhandlungspartnern Verhandlungspartnern Verhandlung Verhandlungspartnern Verhandlungspartnern